Wenn sich der Organismus gegen das Virus wehrt, dann bildet er ja in der Regel Antikörper. Auch wenn wir hier im Podcast schon gelernt haben, dass das nicht die einzige Immunantwort ist. Aber es ist die, die mit einem Test ganz gut gemessen werden kann. Also ein Hinweis darauf liefert, wer möglicherweise schon eine Immunität entwickelt hat. Und da spielen, auch das hatten wir ja schon im Podcast, verschiedene Arten von Antikörpern eine Rolle. IgM, IgG, IgA-Antikörper sind da die Begriffe, die wir schon gelernt haben. Nun gibt es eine Studie aus Zürich, die den Nachweis von Antikörpern untersucht und ganz verschiedene Ergebnisse gebracht hat. Hängt es womöglich vom Alter und von der Schwere der möglichen Erkrankung ab, ob und welche Antikörper gebildet werden? Kann man das aus dieser Studie herauslesen? Ja, das ist eine Implikation, die so am Ende dieser Studie gemacht wird, wo man so alles zu so einer Synthese zusammenfasst. Prinzipiell ist das hier erstmal eine serologische Untersuchung. Also hier wurden vor allem bei Krankenhauspatienten, aber dann auch bei Krankenhauspersonal Antikörpertests durchgeführt. Und zwar nicht nur auf Antikörper, die wir normalerweise testen mit den serologischen Testen, das sind IgG, also Immunglobulin-G-Antikörper, sondern zusätzlich wurden auch noch IgA-Antikörper getestet. Das ist eine andere Unterform von Antikörpern. Die sind meistens so in einer Doppelkonformation. Also viele Hörer werden das wissen, dass Antikörper so wie so ein Y aussehen. Und da, wo eben das Y seine Gabel hat oben, da wird ja das Virus gebunden. Und in diesem Fall ist das aber ein Antikörper, der sieht aus wie zwei Ys. Und zwar zwei Ys, die am Stiel zusammengebunden sind. Die Gabeln stehen also zu gegenüberliegenden Seiten weg. So sieht also ein IgA-Molekül aus. Und da gibt es, also man kann da weiter in die Tiefe gehen, es gibt Spitzfindigkeiten, also es gibt eine bestimmte Art von IgA-Molekülen, die kommt mehr im Blut vor. Und eine andere Art von IgA-Molekülen, die ist jetzt hier auch in diesem Zusammenhang ganz besonders interessant. Das ist das sezernierte IgA, also das in den Sekreten abgegeben wird. Auf der Nasenschleim. Zum Beispiel auf Schleimhäuten, genau. Der Schleim, der auf so Nasenschleimhaut ist, aber auch im Speichel oder auch in fast allen anderen Körperflüssigkeiten, die über Drüsen produziert werden. Muttermilch zum Beispiel hat auch sehr viel sezerniertes IgA. Da ist also dieser Antikörper drin. Und das hat natürlich biologisch auch eine Funktion. Auf diesen Schleimhäuten sollen diese IgA-Moleküle natürlich Krankheitserreger speziell am Ort des Geschehens abwehren. Und das ist ein Ergebnis einer spezifischen Immunreaktion. Also unsere B-Zellen, die B-Lymphozyten, die ja am Ende dieser Reaktionskette zur Antikörperbildung stehen, die machen eben nicht nur IgG-Antikörper im Serum, sondern die machen auch IgA-Antikörper. Und da auch diejenigen, die sezerniert werden auf die Schleimhäute. Und diese Arbeitsgruppe hat jetzt eben speziell nicht nur nach den normalen IgG-Antikörpern geschaut, sondern auch nach IgA-Antikörpern. Und das ist eine lange Studie. Wir können da jetzt ein paar Dinge, die fast eher so selbstverständlich sind, die können wir vielleicht ein bisschen überspringen. Und dann hat man, das ist jetzt hier interessanter vom Fokus auch in dieser Studie, man hat Krankenhauspersonal angeguckt. Und zwar Krankenpfleger, Ärzte, die exponiert sind mit solchen Patienten, die Kontakt hatten. Und zwar sowohl positiv als auch negativ getestet waren. Richtig, genau. Man hat die auch mit der PCR getestet. Also es sind welche dabei, die haben sich tatsächlich erwiesenermaßen infiziert an Patienten. Aber es sind auch welche dabei, die hatten keine positive PCR. Und man unterscheidet zusätzlich außerdem noch, ob diese Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Symptome hatten, ja oder nein. Und was man eben sieht, ist jetzt auch etwas, das man erwartet. Nämlich diejenigen, die keine Symptome hatten und die eine negative PCR hatten, da gibt es eigentlich keine IgG-Antikörper. In einem Fall gab es aber messbare IgA-Antikörper. Das war schon mal interessant. Wenn man dann weiter eskaliert, also jetzt symptomatisch, aber PCR-negativ und dann symptomatisch und PCR-positiv, da steigen die Nachweisraten für Antikörper an, wie man das erwartet. Und das tun sie auch für beide Sorten von Antikörpern, IgG und IgA, wie man das übrigens auch erwartet. Also jemand, der IgG bildet, der macht eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch IgA. Das sind aber beides, zur Erklärung kurz, das sind beides Antikörper, die nicht als erste gebildet werden. Als erstes sind die IgM-Antikörper, die dann wieder verblassen, das hatten wir schon mal besprochen. Und dann dauert es ein bisschen länger, bis die IgGs und IgAs kommen. Richtig, also die IgM-Antikörper kommen als erstes. Wir haben bei vielen Erkrankungen, und dazu gehört diese Covid-19-Erkrankung nun auch, aber zusätzlich auch eine relativ frühe Produktion von IgA. Also wir können bei serologischen Untersuchungen, wir machen das ja hier bei uns im Labor auch, wir machen auch diese IgA-Testung manchmal mit. Da können wir schon sagen, dass die Patienten mit dieser Erkrankung früher IgA bilden als IgG, aber nicht wesentlich früher. Ein paar Tage früher, ein, zwei Tage. In den normalen Antikörpertests werden die IgAs aber nicht mitgetestet? Nein, da muss man einen Spezialtest machen, einen IgA-Test. Normalerweise wird das nicht mitgetestet. Es gibt übrigens bestimmte Firmen, die machen Antikörpertests, wo auch IgA mit dabei ist. Und man unterscheidet das gar nicht bewusst. Das ist also in der Routine-Diagnostik nicht unbedingt so wichtig, dass man das auseinanderhält. So, jetzt wird es hier interessant. Und zwar, nachdem wir jetzt gesehen haben, es gibt bestimmte Fraktionen von diesen exponierten Personen, die sich offenbar PCR bestätigt oder auch PCR nicht bestätigt infiziert haben. Da gibt es dann aber auch Negative, die also erst mal nicht als positiv mit beiden Antikörpern IgG und IgA gemeinsam, also voller serologischer Nachweis, als Infizierte erscheinen. Also diejenigen, die negativ getestet worden sind. Aber es sind ja immerhin Krankenhaus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch mit diesen Patienten zu tun hatten, mit Infizierten. Und darum hat man hier noch mal genauer nachgeschaut. Und was man jetzt findet, ist, wenn man noch mal einen Spezialtest macht, wo man noch mal ganz genau darauf achtet, dass die Antikörper wirklich spezifisch sind. Und zwar gegen die Rezeptor-Bindungsdomäne dieses neuen SARS-2-Virus. Also ein ganz spezifischer Teil des Virus, der in dieser Art und Weise eigentlich eher nicht vorkommt in anderen Erkältungs-Coronaviren. Da muss man ja aufpassen, dass man da nicht einem Irrtum aufsitzt und eigentlich Antikörper testet, die von einer zurückliegenden Erkältungskrankheit kommen. Kreuzreaktivität haben wir ja schon öfter mal besprochen. Und wenn man das jetzt spezifisch macht, also mit so einem Test, der genau gegen die Rezeptor-Bindungsdomäne geht. Und wenn man jetzt von diesen negativ getesteten Patienten mal Körperflüssigkeiten testet. Und was man da sehr gut machen kann, ist Tränenflüssigkeit. Denn in der Tränenflüssigkeit, da wird IgA ausgeschieden. In den Tränendrüsen wird das mit ausgeschieden. Und die Tränen sind natürlich eine ganz besonders saubere Körperflüssigkeit. Kann man sich vorstellen, vielleicht, dass so Speichel oder irgendwelche Schleimabsonderungen in der Nase, das ist natürlich keine schön sauber zu verarbeitende Flüssigkeit im Labor. Tränenflüssigkeit ist da was ganz anderes. Das ist wasserklar und ganz gut zu verarbeiten. Und da hat man so auch damit gearbeitet. Und da findet man tatsächlich, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent, je nach Interpretation des Labortestes, rein IgA-positiv sind. Während sie kein IgG im Serum haben. Also nur IgA-Antikörper gebildet haben, offenbar. Genau. Und das ist natürlich eine interessante Beobachtung, die die Autoren hier so interpretieren, wie ich das auch interpretieren würde. Nämlich, dass das schon ein Zeichen sein könnte für eine lokale Immunreaktion. Wir haben ja auch an den Schleimhäuten dort angebundenes lymphatisches Gewebe, wo eben auch eine adaptive Immunantwort stattfindet. Das muss also nicht immer gleich über die großen Lymphknoten laufen, wo ja sehr viele solche Lymphozyten sind, solche B-Zellen. Sondern es gibt eben auch an der Schleimhaut lymphatisches Gewebe. Und es könnte eben sein, dass wir hier einen Hinweis dafür haben, dass wir doch eine lokale Produktion speziell von IgA-Antikörpern haben. Nachdem Patienten vielleicht so etwas wie eine ganz abortive Infektion hatten. Also das Virus kam auf die Schleimhaut und hat kurz anrepliziert, wurde dann aber wieder gestoppt. Zum Beispiel auch durch frühes Eingreifen des angeborenen Immunsystems. Da gibt es also auch bestimmte Zelltypen, die damit anschlagen und dann anfangen, die Lymphozyten zu stimulieren. Und das kann bei den lokalen Lymphozyten geblieben sein, die lokal auch eine Immunreaktion gemacht haben, einschließlich IgA. Und das hat dann diese Virusinfektion komplett zum Stillstand gebracht. Die hat sich nicht weiter ausgedehnt. Die Patienten haben sich dabei vielleicht noch nicht mal richtig krank gefühlt oder nur ganz mild krank gefühlt. Die PCR ist zumindest zum Zeitpunkt des Testes nicht oder nicht mehr positiv gewesen. Das ist die Interpretation der Autoren. Ich würde dem auch zustimmen, dass das gut möglich sein kann. Es gibt sicher auch Argumente. Andere würden vielleicht sagen, nein, 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 das glaube ich nicht. Das ist anders gelaufen. Wahrscheinlich sind das alles irgendwelche Kreuzreaktionen im Labor. Aber ich glaube schon, dass da was dran sein kann. Und wir suchen ja nach Erklärungen für die vielen milden Verläufe, die wir ja sehen bei dieser Erkrankung. Und das ist sicherlich eine der möglichen Erklärungen. Und zwar vielleicht auch eine Erklärung, die jetzt hier in diesem Fall noch deutlich unmittelbarer wäre als das, was wir vorhin besprochen haben, die Blutgruppenvariabilität in der Bevölkerung. Kann man dann aber daraus möglicherweise Schlussfolgern, dass es eben diese typischen asymptomatischen Menschen gibt, die rumlaufen, kriegen irgendwo Kontakt mit dem Virus, infizieren sich dann leihenhaft ausgedrückt nur so ein bisschen, kriegen also keine richtige Infektion, sind aber möglicherweise immun, sich noch mal schwer anzustecken? Also das ist hier zunächst einmal, wenn wir das so sagen wollen, eine lokale Immunität. Wir wissen nicht ganz genau, wie gut es hier zu einem Immungedächtnis kommt. Aber ich denke, wir können da schon auch davon ausgehen, dass es eine gewisse Gedächtnisfunktion dann geben kann. Nur wir wissen bei anderen Coronaviren auch, wir können uns wiederholt infizieren mit demselben Coronavirus. Und wir haben ein schlechtes Immungedächtnis grundsätzlich bei Coronavirus-Infektionen. Und so kann es eben jetzt schon sein, so kann man sich das hier gut vorstellen, dass jemand, der in dieser Studie so einen lokalen transienten Effekt hatte und lokal vorübergehend dieses Virus kontrolliert hat, das Virus ist weg, die Infektion ist vorüber, der kann sich vielleicht bei nächster Gelegenheit, wenn er wieder Kontakt hat, dann doch noch mal infizieren. Aber ich denke, dass auch dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass das ein milderer Verlauf ist, relativ groß ist. Die Autoren schlussfolgern ja auch ganz vorsichtig, dass es auch eine Erklärung dafür sein könnte, warum es bei Kindern oft einen milden Krankheitsverlauf gibt. Weil sie in den Schleimhäuten mehr IgAs grundsätzlich haben, weil häufiger Atemwegsinfektionen. Geht es dann um eine allgemein fittere Abwehr? Weil wenn man Antikörper gegen andere Coronaviren bildet, dann muss das ja nicht automatisch bedeuten, dass das hier auch hilft, auch wenn es IgAs sind. Also was die Autoren hier sagen, es gibt hier eine geprimte mukosale Immunantwort. Also die dortigen Lymphozyten, die werden immer wieder angestachelt durch immer wieder auftretende Coronavirus-Infektionen, wie zum Beispiel in Kindergärten, wo ja viele solche Infektionen durchlaufen. Und das hat sicherlich auch ein paar kreuzreaktive Effekte. Also dieses Lymphgewebe hier, das reagiert sicherlich auch ein bisschen kreuz zwischen den ja durchaus miteinander verwandten Coronaviren. Also wir wissen durchaus, dass es konservierte Epitope gibt, die auch die Lymphozyten-Stimulation betreffen. Und das ist also gut denkbar, dass man jetzt bei Kindern und dann in der nächsten Übertragung bei Eltern von kleinen Kindern, also in den 30ern zum Beispiel, die auch ja ständig dann wieder infiziert werden mit solchen Viruserkrankungen, dass man da eben so eine gewisse Vorstimulation hat. Und die Autoren zeigen das auch statistisch, dass diese, sagen wir mal, IgA-positiven Patienten offenbar häufig jüngere Patienten sind. Nicht nur Kinder, sondern auch jüngere Erwachsene. Wir haben ja über Antikörpertests im Allgemeinen auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Können wir jetzt auch sagen, aufgrund dieser Erkenntnisse, das ist noch mal ein Hinweis darauf, dass man Antikörpertests mit Vorsicht betrachten muss, weil sie eben dann doch oft eine leichte Infektion gar nicht nachweisen, weil sie nicht nach den IgA-Antikörpern, zumindest meistens, wie wir es ja eben gesagt haben, gucken? Ja, sagen wir mal so, die Antikörpertestung auf Bevölkerungsebene, die auf Immunglobulin G basiert, die erlaubt schon eine ganz robuste Schätzung. Die Antikörpertestung auf Individualebene ist immer was Defiziles. Und jetzt hier speziell auch bei dieser IgA-Testung, also die Autoren hier haben sich natürlich ganz besondere Mühe gegeben und haben ganz genau hingeschaut. Die haben sogar noch zusätzliche ELISA-Tests gebaut, um Kreuzreaktionen zu unterscheiden von der wirklich spezifischen Reaktion. Und all das ist im Routinebetrieb nicht möglich. Und wir wissen im Routinebetrieb, dass wir auch bei Patienten, wenn wir IgA-Testung machen, bei Patienten, denen Blut abgenommen wurde vor dem Aufkommen dieser SARS-2-Epidemie. Also die gar keine Antikörper gehabt haben können gegen dieses Virus, weil es das Virus zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Selbst in diesen Patienten finden wir im Serum bis zu zehn Prozent IgA-Antikörper. Also dieses diffizile Vorgehen in dieser Studie, wo man noch extra Tests baut und wo man dann eben Speichel anschaut und Tränenflüssigkeit sammelt und so weiter, das macht man ja nicht im normalen Testbetrieb. Da schaut man einfach eine Blutprobe an. Das ist also nicht vergleichbar mit einer IgA-Reaktivität im Routinebetrieb. Also es macht keinen Sinn, jetzt auf dieser Basis dieser Studie zu sagen, jetzt fordern wir mal im Labortest IgA an im Serum. Und wenn der IgA-Titer dann positiv ist, dann ist dieser Patient geschützt. Das wäre ein vollkommen falscher Schluss aus dieser Studie. Das kann man so nicht sagen. Es ist hier mehr die Intention dieser Studie auch, einfach die Immunreaktion im Allgemeinen noch mal viel besser zu charakterisieren und daraus bestimmte pathogenetische Beobachtungen zu unterstützen oder mit Zusatzdatenmaterial auszustatten, um Erklärungen zu liefern. Wie zum Beispiel eben, woher kommen die milden Verläufe? Was macht das eigentlich? Warum hat eigentlich jemand einen milden Verlauf gegenüber einem anderen, der einen schweren Verlauf hat? Was unterscheidet diese Patienten? Und eine von vielen Antworten in diesem Rätsel ist wahrscheinlich eben auch diese IgA-Sekretion lokal an der Schleimhaut. Wir merken schon immer eine von vielen Antworten. Es sind immer kleine Puzzlestücke, die wir hier im Podcast diskutieren.